Untertitelung des ZDF, 2020 Lasst sie frei! Halt! Lasst mich frei! Ich bin in einem Raumschiff. Das ist so cool! Ich mach nur Spaß. Willkommen auf dem Mars! Ich heiße Gribble. Das ist Two Cat. Hau rein! Was soll das alles? Der Mars braucht Mamas. Die Aliens stehlen sie deshalb von der Erde, um ihre Kinder großzuziehen. Niemand wusste, dass Mamas sein so schwer ist. Ich muss meine Mom retten. Wie kommen wir an all den Marsmenschen vorbei? Mit dem Raketen hinter Landtrieb. Das Teil kommt auf eine Weihnachtswunschliste. Wow! Wenn du mit dem Laser auf jemanden schießt, solltest du ihm eine Ersatzunterhose mitbringen! Milo und Mars!